Du möchtest einen Landesligisten bis in die Bundesliga führen oder auch in England einen Amateurclub trainieren und auch diesen in der Premier League etablieren, dann ist dieses Video hier genau richtig. Wir befinden uns aktuell in der Regionalliga Südwest, eine Liga, die im FM so nicht enthalten ist. Die Teams, so wie auch einige Spieler, hat der FM zwar in seiner Datenbank, aber vor allem das Ligasystem ist eben nicht drin. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich zeigen. Ihr seht jetzt hier, wir trainieren aktuell in den SV 1 Trattrieren, was vor allem auch besonders zu sehen ist, dass hier auch ganz aktuelle Sachen, wie zum Beispiel aus der VfR Ahlen mit minus 9 Punkten startet. Auch das ist hier tatsächlich mit integriert, dementsprechend eine sehr realistische Datenbank, die wirklich alles mit einbezieht. Die Regeln sind genau richtig und vor allem dann auch solche Sachen, dass wenn ein Verein zum Beispiel mit Minuspunkten startet, auch das habt ihr hier im Football Manager. Hier seht ihr nochmal die Mannschaft des SVEs, das ist eben der Originalkader. Ich habe natürlich schon den ein oder anderen Transfer getätigt, dementsprechend sind auch schon ein paar Spieler, die den Verein verlassen haben und neue Spieler, die wir zum Beispiel ausgeliehen haben. Aber das sind alles eben Spieler, die es in der Realität gibt und das sogar mit dem echten Spielerbild. Wenn ihr euch das vorletzte Video angeschaut habt, wie ihr eben die Originalspielerbilder herunterladet, schaut euch das sehr, sehr gerne an, wenn ich euch hier verlinke. Dann habt ihr sogar die Originalspielerbilder bis teilweise Spieler in der Landesliga mit drin. Ich habe einen Trainer, den ich kenne, der eben auch hier mit Originalspielerbild aus der Landesliga drin ist. Also das ist halt völlig verrückt und mehr Realismus in solchen Ligen findet ihr eben nur im Football Manager. Ihr merkt also schon, ich wärme bereits von diesem Deutschland-Pfeil. Ich zeige euch jetzt natürlich, wie ihr das Ganze noch herunterladen könnt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist eben über Steam und die würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr das Ganze über Steam eben heruntergeladen habt. Das ist auch die einfachste Möglichkeit. Ihr geht einmal hier auf Community und dann auf den Workshop. Und da findet ihr einige Sachen. Ihr könnt jetzt hier theoretisch, oder wir müssen jetzt erstmal Football Manager eingeben. Und dann gehen wir hier eben auf Football Manager 2023. Und schon sehen wir eben die Sachen, die für den Football Manager erstellt wurden. Wir gehen hier einmal auf Ligen und Data Updates. Und dann finden wir eben das, was wir hier schon mit einfügen können. Da haben wir zum Beispiel hier in Frankreich, glaube ich, bis zu den Amateur-Clubs müsste das hier tatsächlich ein Fall sein. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr euch aber sehr, sehr gerne alles anschauen. Da werdet ihr nämlich auch zu anderen Ligen das Ganze finden. Wir haben hier Italien drin. Dürfte eventuell dazu auch noch das Fall sein. Aber wir suchen jetzt erstmal für Deutschland das Fall. Und das ist dieses hier. Fußball Liga System Deutschland. Entweder gibt ihr das oben der Suchleiste auch einfach ein. Oder ihr sucht es so, wie wir es gerade gemacht haben. Geht einfach auf Abonnieren. Und schon habt ihr das Ganze mit drin. Ihr müsst dann noch kurz zum Football Manager was ändern. Das zeige ich euch gleich auch noch. Und ich habe euch ja gesagt, ihr könnt das Ganze auch mit der Permit League machen. Da müssen wir einmal ganz kurz das Ganze suchen. Wir können hier aber auch mal sortieren. Danach am häufigsten abonniert. Und dann wird das auf jeden Fall oben mit dabei sein. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, direkt die Namen über Steam zu ändern. Dann habt ihr eben nicht mehr hier bei Neapel zum Beispiel Partenopeo stehen. Sondern einfach SSC Neapel. Und hier seht ihr eben England, die Top 10 Ligen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Auch einfach auf Abonnieren klicken. Und schon habt ihr das Ganze im Football Manager mit drin. Die zweite Möglichkeit, falls ihr eben den FM nicht über Steam heruntergeladen habt. Das Deutschland-Pfeil zu bekommen. Ist eben über ein Download-Ding, den ich euch in die Videobeschreibung packe. Dort seht ihr auch, wie das Ganze dann am Ende funktioniert. Ich werde euch das in diesem Video nicht genau zeigen. Da ich da in den letzten Videos immer wieder Probleme hatte. Dass YouTube eben gemeint hat, dass wir diese Videos nicht online stellen können. Und ich da eine Verwarnung auch schon bekommen habe. Deshalb müsst ihr versuchen, da selber zurecht zu kommen. Oder ihr schaut euch einfach mein letztes Video online vom FM22. Denn da habe ich auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Aber normalerweise solltet ihr es auch so hinbekommen. Ansonsten ist dieses Video hier verlinkt. Und ihr seht jetzt hier auch nochmal, als ich euch zeigen möchte. Was eben auch alles da in diesem Fall mit enthalten ist. Wir haben zum Beispiel den Bitburger Rheinland-Pokal auch mit drin. Also die Verbandspokale sind mit drin. Es ist wirklich völlig verrückt. Wir haben die Jugend-Ligen mit dabei. Es ist tatsächlich sehr umfangreich und ein extrem cooles Pfeil. Um die Datenbank jetzt bei einem neuen Save mit dabei zu haben, müsst ihr bei einem neuen Spielstand hier oben einmal auf Datenbank klicken. Und eben schauen, dass ihr hier bei Fußball-Liga-System Deutschland den Haken gesetzt habt. Oder eben, wenn ihr hier dieses England-Pfeil haben wollt. Auch da der Haken mit drin ist, dann könnt ihr das Ganze bestätigen, euren Save sozusagen laden. Ihr seht jetzt auch hier, wenn ihr in die erweiterte Datenbank-Option reingeht, dass ihr eben quasi bis in die Landes-Ligen runtergehen könnt. Vorher wäre das Ganze nur bis zur dritten Liga möglich gewesen. Und dann könnt ihr am Ende eben euren Verein raussuchen, mit dem ihr spielen wollt. Und auch hier in England habt ihr eben die Möglichkeit, einer dieser ganzen Ligen zu nutzen. Oder bis in diese Ligen runterzugehen. Denkt dran, dass wenn ihr hier in der Bundesliga oder in Deutschland die Landes-Ligen mit drin habt. Die Landes-Ligen sind extrem viele Ligen. Wenn ihr vielleicht mit einem Regionalliga-Team starten möchtet, dann reicht es auch, wenn ihr bis zur Oberliga geht. Wenn ihr einen guten Regionalligisten habt, könnt ihr sogar die Regionalliga als niedrigste Liga haben. Denn das hier frisst ganz, ganz viel Datenspeicher, weil du hier unfassbar viele Ligen mit dabei hast. Und da könnt es am Ende eben sein, dass ihr hier von der Sterne-Bewertung nicht so weit oben seid. Schaut einfach mal rein. Je nachdem, wie gut euer PC ist, könnt ihr natürlich die Landes-Ligen auch mit drin haben. Aber wenn es nicht nötig ist, spart ihr da auf jeden Fall jede Menge Speicher. Ja, und das war es schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Lasst hier sehr, sehr gerne Bewertung da. Lasst ein Abo da, um weitere solche Download-Videos auch zu sehen. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Und ihr freut euch genauso wie ich auf eine Karriere mit einem Amateurverein. Und habt sehr viel Spaß im Football Manager. Bis dann. Ciao. Ciao.